schaut euch das mal an hier sieht man es ganz gut das ist der luftwaffen adler der blick über dieses wunderschöne bauwerk und jetzt könnt ihr euch mal ungefähr vorstellen wie groß dieser flugzeughang war 1 2 3 4 5 lampe und schaut euch mal hier die abdrücke von den sprengungen auf der die bordwaffen der flutzeuge eingeschossen wurden und auf einer schmalen bahn für schießübungen des militärpersonals es könnte auch ein eingang zum bunker sein hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen episode schlachtfeldbegehung wir befinden uns heute nahe der deutsch niederländischen grenze in der nähe von venlo und schauen uns den ehemaligen nachtflughafen bzw die überreste an und ja ich habe auf dem weg hierhin schon einige ruinen gesehen und ich würde sagen wenn ich angekommen bin melde ich mich gleich noch mal zurück wir sehen die ersten fundamente oder ruinen ist ja auf jeden fall mehr als ein fundament taschenlampe hätte ich sogar mit allerdings im auto schaut euch das mal an gibt es überall wege die man nehmen kann ich hätte vielleicht die lampe mitnehmen sollen naja jetzt ist es zu spät brauchen wir nicht oben ist noch der große sturz viel ist auf jeden fall nicht mehr zu sehen hier vorne geht es noch weiter aber aufgrund des gestoppt sparen wir uns das mal denke man kann das gut sehen hier lagen höchstwahrscheinlich dann die träger drin genau ging bis da vorne hin und dann ob das hier für ein hangar für flugzeuge war könnte sein wir befinden uns jetzt hier auf diesem versorgungsweg und können hier auch überreste des ehemaligen flugplatzes erkennen wir gehen erst mal außen rum auch hier wieder die verstrebungen alle paar meter da sieht man so besser häufig hat man ja die backsteine nach dem krieg entfernt um die als baumaterial zu nutzen hier anscheinend nicht hier sehen wir noch alte zäune die sind ja damals aus beton gewesen da gehen wir aber jetzt nicht hin hier sehen wir noch die ehemaligen fundamentreste eines flugzeuge hangars diese fundamentreste auf jeden fall mal im hinterkopf behalten die werden wir gleich noch wiedersehen in einem noch fast vollständig erhaltenen rundbogen hangar und es ist tatsächlich der einzige noch erhaltene rundbogen hangar dieser bauweise die gibt es sonst kein zweites mal auf der welt und jetzt könnt ihr euch mal ungefähr vorstellen wie groß dieser flugzeug hangar war hier waren mehrere flugzeuge untergebracht und der war auch überdacht aber das schauen wir uns später noch an so wir sind jetzt auf dem direkten weg zum letzten erhaltenen rundbogen hangar also vielleicht für die spezialisten unter euch natürlich gibt es auch andere rundbogen hangar auch viele die noch erhalten sind und auch welche die noch in nutzung sind aber mit dieser bauweise oder von dieser bauweise gibt es nur diese einzigen und auch hier sehen wir wieder auffällige erdverwerfungen nenne ich sie mal hier wurde ja auch hat dann gekämpft ich weiß jetzt leider nicht ob das her hier auch gekämpft hat oder ob es hier nur luftangriffe gab vielleicht kriegt das noch im nachgang raus sind auf jeden fall nicht alleine bedeutet ich muss gleich mal aufpassen dass ich die person nicht mit drauf bekomme und jetzt sind wir da im letzten erhaltenen rundbogen hangar weltweit wie gesagt disclaimer es gibt natürlich ganz viele andere rundbogen hangar aber das ist in dieser bauform der einzige und das spannende der sollte zum ende des krieges gesprengt worden so wie die anderen 42 stück die hier gestanden haben aber durch die stahlbeton konstruktion ihr seht das die armierung überall ist der nicht zum einsturz gekommen und steht seitdem genauso wie er hier heute steht und kann besucht werden ich habe mich gerade mit zwei wanderern unterhalten die waren auch sehr interessiert und die haben auch für sich wahrgenommen dass das sicherlich nicht für die ewigkeit hält ihr seht hier vorne die dünnen verstrebungen die werden wirklich nur noch durch die armierung gehalten der beton ist komplett weggemodert durch die witterung und ich habe euch ja gesagt ihr sollt euch eine sache merken nämlich die die fundamente und hier seht ihr oder hier findet ihr die wieder seht ihr das nummer eins nummer zwei und so weiter von innen ist es ja eine durchgehende wand aber von außen seht ihr diese fundamentreste und die sind definitiv noch mal größer und ich zeige euch mal hier schon imposant oder das ist bestimmt noch von der sprengung übergeblieben und jetzt gehen wir mal hier ihr wisst ja ein schritt ist ungefähr ein meter 1 2 3 4 5 6 7 irgendwas mit 42 45 metern würde ich sagen und hier aber ich würde den bauwerk bin kein statiker aber ich würde den bauwerk noch einige jahre geben wunderschön wirklich wunderschön und hier standen dann die flugzeuge drin und wurden gewartet beziehungsweise haben dann auf den einsatz gewartet hier können wir noch die fundamentreste erkennen die sind umgekippt die stand mal hoch kann da vorne sehen wir sogar noch was ich muss immer aufpassen ich habe letztes mal gesagt das steht unter naturschutz da steht natürlich nicht unter naturschutz sondern unter denkmal schutz und das bauwerk steht auch unter denkmal schutz ganz so viel griff hat meine schuhe dann doch nicht und ihr wisst ja höhenangst lässt rüsen das flugfeld also die landebahn und so die waren da hinten und hier waren dann die flugzeuge untergebracht ich habe euch noch ein bisschen was mitgebracht ich war nämlich neulich einkaufen ich habe kollegen die sind sind sondler und ich finde das passt hier ganz gut hin weil wir sind ja hier bei der luftwaffe und ich habe ein paar relikte aus der damaligen zeit gekauft und die will ich euch mal hier zeigen schaut euch das mal an hier sieht man es ganz gut das ist der luftwaffen adler mit dem hakenkreuz darunter wenn geschirr oder besteck mit einem hakenkreuz versehen war manchmal auch teller entschuldigung stühle und so weiter dann war das so dass dieses geschirr und besteck nicht irgendjemanden gehörte sondern es gehörte damals dem reich und das ist tatsächlich original porzellan aus der damaligen zeit mit richtig schön patina noch drauf das ist allerdings berlin 1960 das ist nachkriegszeit ja sogar hier berlin 68 ritterstraße 46 korsowitschik oder so hier 1937 leute schaut euch das mal an 1937 auch hier der luftwaffen adler und das hakenkreuz wer davon gegessen hat das scheint wahrscheinlich von einer alten vase oder von einem teekessel gewesen zu sein wunderschönes schaut euch das muster mal an da weiß ich aber nicht ob das von der damaligen zeit ist und hier auch noch ein richtig altes relikt oben kann man das hakenkreuz ahnen und darunter 1935 tilsch altwasser das war mir wichtig dass ich das euch mal zeige hier ja mit zeit für die drohne damit war von oben einige videos machen können bis zum Glück Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ich wollte gerade weiterfahren. Da habe ich im Wald noch Fundamentreste gefunden. Und die wollte ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Es sah nämlich erst aus wie so ein Notausstieg von einem Bunker. Ja, das könnte aber auch nur ein Fundamentrest sein. Da vorne ist es schon. Ich glaube, es ist ein Fundamentrest. Das könnte auch ein Eingang zum Bunker sein. Das ist ja witzig. Ja, es ist nur ein Unterstand. Ein profaner Unterstand. Ja, sonst sieht man hier noch da vorne in der Erhebung. Hier sehen wir noch Reste, vielleicht Reste eines Grabens. Vielleicht auch eines Deckungsgrabens. Und was ist das? Eine alte Lampe. Schaut euch das mal an. Vielleicht liegt hier noch ein bisschen mehr. Ich habe mir gerade mal angeschaut, wie groß das ist. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Das Gelände. Also wir stehen jetzt hier. Direkt an dem Parkplatz. Und wenn man da durchgeht, kommt man direkt zu dem ehemaligen Haupteingang. Da seht ihr das auch. Das geht genau. Hier befinden sich direkt zwei Bundeswehrhallen. Hier ist ein großer Platz mit Fahrzeughallen. Und das ist hier im Wald. Das wird alles noch zu dem Gebiet hier. Und jetzt hoffe ich, dass ich auch den Flughafen sehe. Da ist der Flughafen. Der heutige. Also ein riesiges Gelände. Schaut euch das mal an. Rigi sind groß. Ich war schon so oft hier und habe die Schießbahn noch nie gesehen. Und die möchte ich jetzt auf jeden Fall finden und mit euch auch anschauen. Wir haben den Schießstand gefunden. Bundeszollverwaltung betreten verboten. Der Bau des Fliegerhorstes Vennloh war keinesfalls vollendet, als am 18. März 1941 einer Nachtjagdgruppe der Platz als Einsatzflughafen zugewiesen wurde. Am 1. Juni 1941 waren erst zwei Drittel der fast 100 Flugzeughallen fertiggestellt. Für die Justierung der Bordwaffen der Flugzeuge wurde ein Schießstand gebaut, dessen Zustand zum größten Teil auch original erhalten ist. Die Anlage besteht aus zwei Schießbahnen. Einer breiten Bahn, auf der die Bordwaffen der Flugzeuge eingeschossen wurden und auf einer schmalen Bahn für Schießübungen des Militärpersonals. Und das ist es. Und jetzt wäre ja klasse, wenn es auf wäre. Schaut euch das mal an. So, meine Freunde, da vorne seht ihr die Schießbahn mit dem Kugelfang und links und rechts eingebettet mit den Erdwellen. Spannend. Ich guck mal, dass ich gleich auch ein paar Drohnenaufnahmen bekomme. So. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und Wartung der Einsatzmaschinen. Und wir gucken uns jetzt einmal so eine Wärmehalle an. Die ist eingezäunt. Mal schauen, wie weit wir herankommen. Also schon spannend. 900 Quadratmeter und nur ein Flugzeug. So, okay. Der Zaun ist nur Makulatur, würde ich sagen. Aber ich glaube, den Hund lassen wir trotzdem hier. Der mag nämlich nicht so diese Dörner hier. So, schaut euch. Wow, das sieht gut aus. Das ist mal auf jeden Fall. Und schaut euch mal hier die Abdrücke von den Sprengungen an. Alles noch zu sehen. Wow. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier nochmal hinzukommen. Mit diesem Rundbogen hier. Häufig war es ja so, hier stand dann die Maschine. Und so wie das heute auch noch ist, sind dann hier die Abgase rausgegangen. Also es gab Wärmehallen und Kältehallen. Oder beheizte und nicht beheizte Anlagen. Und das war eine beheizte. Super. Also das hat sich definitiv noch gelohnt, hier mal hinzukommen. Wow. Schaut euch das mal an. Das war damals der Keller. Und der Boden, der ist weggebrochen. Oder hier war kein Boden hier, aber der Boden, der ist weggebrochen. Wie gesagt, das wurde ja alles gesprengt. Und hier steht auch kein Stein mehr auf dem anderen. Hier gucken wir gleich nochmal. Ja, also hier geht mein Herz gerade auf. Das macht Spaß. Hier kann man noch richtig was erleben. Oh, riesig. Schaut euch das mal an. Ja, 900 Quadratmeter müssen halt auch beherbergt werden. Beziehungsweise umschlossen. Der Kamin. Ja, hallo meine Freunde. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Und hier zeige ich euch nochmal den Flugleitturm. Der wird heute mittlerweile etwas anders genutzt als in der Vergangenheit. Ihr seht diese kleinen bunten Plättchen. Hier hat man heute die Möglichkeit, den Turm als Klettergarten zu nutzen. Und auch der anschließende Bunker ist heute umfunktioniert. Und hier zeige ich euch nochmal einen Flughafen der Royal Air Force. Das ist nicht der Flughafen von Fenlo-Herrungen, sondern das ist ein anderer RAF-Flughafen. Und ich will euch einfach nur mal hier die riesigen Ausdehnungen der Flughäfen der damaligen Zeit zeigen. Und im Hintergrund könnt ihr die Hangars erkennen, ähnlich wie das bei dem vorhergezeigten Flughafen war. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da und sendet das Video weiter an andere Freunde. Tschüss.